Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brock, meine geliebte Community. In dem heutigen Video geht es um den Tierherrschaftsjägerguide zu 10.2. Wir werden hier einmal die Skillung für den Raid durchgehen, wir werden die Skillung für den Mythic Plus durchgehen. Wir werden uns angucken, welche Rotation brauchen wir, welche Werte brauchen wir, wie sollen wir ihn verzaubern, sockeln. Welche Pots, Flas, Bufffood brauchen wir hier natürlich, werden wir einmal mit drauf eingehen. Wir werden das komplette Rundum-Sorglos-Paket für den Tierherrschaftsjäger zum aktuellen Content machen. Denn man muss einfach sagen, mit wenig Gier holen wir hier aus diesem Hunter schon einfach ordentlich viel Damage raus. Wer alles sehen möchte, bleibt einfach dran. Wer bestimmte Informationen sich noch holen möchte, kann das Ganze tun. Der kann einfach unten in der Videobeschreibung auf die Timeline klicken und sich dort spezifische Sachen nochmal angucken, um einfach natürlich die bestmöglichsten Informationen zum Tierherrschaftsjäger, zum aktuellen Patch-Content sich hier zu holen. Ja, wir werden uns jetzt die Skillung angucken, dort gehen wir nicht auf alle Punkte ein. Wir gehen hier natürlich nur ganz kurz auf die wichtigsten Punkte ein, dass jeder weiß, wieso, weshalb, warum. Nehmen wir das hier überhaupt mit? Auf alles einzugehen wäre hier einfach natürlich nun viel zu lang. Dann fangen wir direkt einmal hier mit der Skillung unseres Tierherrschaftsjägers direkt auf der Jägerseite an. Natürlich ganz klar nehmen wir hier den tödlichen Schuss mit. Der tödliche Schuss ist hier einfach unser Execute mit einer 10 Sekunden Abklingzeit. Ab 20 Prozent können wir diesen hier noch nutzen. Und das Ganze möchten wir hier natürlich auch machen. Ganz klar, hier oben brauchen wir gar nicht skillen. Unser Tötungsbefehl ist hier einfach natürlich standardmäßig mit dabei. Wäre ja bad, wenn dieser nicht dabei wäre. Ja, ganz wichtig natürlich, was wir auch haben wollen, einen Gegenschuss. Das ist unser Unterbrechen von Fähigkeiten. Das Ganze hat hier 24 Sekunden Abklingzeit. Und das sollten wir natürlich auch so oft wie möglich nutzen. Ja, der Jäger allgemein, wie bekannt ist, ist natürlich eine relativ starke Pappklasse. In Anführungsstrichen, er stirbt relativ häufig an Sachen, wo andere Klassik noch mit Defensive leben können. Daher nehmen wir hier mit Überleben der Stärkeren mit. Und das Ganze verringert für 6 Sekunden lang für uns und unseren Begleiter sämtlichen erlittenen Schaden um 40 Prozent. Dadurch, dass wir dann nämlich hier unten natürliches Durchhaltevermögen mitnehmen, wird das Ganze nämlich auf 40 Prozent angehoben. Sehr gut. Wollen wir hier auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir hier natürlich Camouflage. Jede Minute können wir uns einfach unsichtbar machen. Erspart uns hier den Inbisspot, wenn wir bei dem einem oder anderen Punkt hier einfach mal was skippen wollen. Dann haben wir hier verjüngeter Wind. Auch das hier ist wieder sehr praktisch für uns. Maximale Gesundheit um 8 Prozent erhöht. Damit haben wir einfach schon mal wieder mehr Leben. Und Freund Taumel, heilt euch nun noch im Verlauf von 8 Sekunden um zusätzlich 16 Prozent eurer maximalen Gesundheit. So haben wir hier auch wieder nochmal zusätzlich eine kleine Heilung. Dann gehen wir hier rüber. Hier nehmen wir ihr Schütter mit. Hat eine Minute Abklingzeit. Befiehlt eurem Tier, das Ziel einzuschüchtern, wodurch es 5 Sekunden lang betäubt ist. Damit könnt ihr auch nochmal zusätzlich einfach unterbrechen. Ist ganz nice. So habt ihr jede Minute hier einmal euer Unterbrechen. Und standardmäßig nochmal mit dem Gegenschuss alle 24 Sekunden könnt ihr hier nochmal unterbrechen. Genau. Dann gehen wir hier aber nochmal zu dem nächstwichtigsten und letzten Punkt hier auf unserer Seite mit rüber. Da haben wir das Todesschakra, das mit 45 Sekunden Abklingzeit hier belegt ist. Und jedes Mal, wenn der Chakram Schaden verursacht, wird sein Schaden um 15 Prozent nochmal zusätzlich erhöht. Und wenn der Chakram nämlich ein Ziel trifft, erleidet es 10 Sekunden lang nochmal zusätzlich 10 Prozent mehr Damage. Das Ganze wollen wir hier immer wieder nutzen, um natürlich unseren maximalen Damage Output rauszuholen. Ja, nun kommen wir hier auch hier drüben einmal ganz kurz so zu diesen wichtigsten Punkten einmal rüber. Da haben wir einmal ganz klar natürlich unseren Mehrfachschuss, der dafür sorgt, dass wir einfach natürlich AOE Damage machen können. Ohne den würde unser ganzes AOE System hier im Mythic Plus Content oder auch bei bestimmten Bossen im Raid gar nicht funktionieren. Daher nehmen wir natürlich Mehrfachschuss einfach mit, um Damage zu machen. Auch weiterhin nehmen wir hier den Stachelfall mit, auch dieser ist Single Target wie AOE Damage. Einfach auch hier, den brauchen wir. Dann geht das Ganze weiter. Zorn des Wildtieres, einfach enorm wichtig, um unseren AOE Damage hier noch mit zusätzlich zu erhöhen. Möchten wir einfach haben, ist ein weiterer CD, der mit 90 Sekunden belegt ist. Den nehmen wir mit. Dann kommen wir hier runter. Hier nehmen wir noch einen weiteren CD mit, mit zwei Minuten. Das wäre unser Ruf des Wildnis, um auch hier wieder unser maximalsten Damage Output zu haben. Hier unten spielen wir dann Blutige Raserei, solange Ruf der Wildnis. Das wäre dann in dem Fall unser zwei Minuten CD. Ruf der Wildnis aktiv ist. Jetzt haben eure Begleiter die Effekte von Raub der Hiebe und jedes Mal, wenn Ruf der Wildnis einen Begleiter beschwört, setzen alle eure Begleiter stampfen ein. Einfach enorm nice. Und dann gehen wir hier zuletzt noch runter. Da haben wir dann durchborene Fänge. Während Zorn des Wildtieres, das wäre dann das hier oben in unserem Skill, während Zorn des Wildtieres aktiv ist, wird der verursachte kritische Schaden eures Begleiters um 35% erhöht. Damit geht dann einfach dieser enorm starke AOE Damage hier auf alle Fälle einher. Ist enorm strong. Nun gehen wir einmal weiter, gucken uns noch einmal die Raidskillung an und dann gehen wir in die Rotation ETC einmal rein, um natürlich zu gucken, wie sollten wir unseren Hunter denn überhaupt spielen. So, da sind wir auch bei der Raidskillung nun angekommen. Wie wir hier sehen, haben wir hier so ein paar Sachen auf beiden Seiten ein bisschen verändert. Auf der normalen Jägerseite sehen wir, dass hier mehr, dass dort mehr Veränderungen sind. Wir haben hier natürlich unwichtige Sachen wie eure Führung, die wir nicht brauchen, rausgenommen. Wir haben hier natürlich das zusätzliche Einschüchtern, das Unterbrechen rausgenommen. Wir haben hier unseren 1-0 Schuss rausgenommen. Also alles, was wir hier mehr oder minder eigentlich nicht brauchen, was wir hier noch ein bisschen gemacht haben. Wir haben hier unsere Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, wenn ihr nicht angreift. Und wir haben hier einfach erhöht den kritischen Schaden von tödlicher Schuss um 25%. Das Ganze wollen wir natürlich im Raid-Content haben, denn dort ist ab 20% natürlich der Boss-Encounter. Lebt verhältnismäßig natürlich viel länger, als wenn wir Mythic Plus machen. Dementsprechend wollen wir einfach gerade noch im Execute-Bereich unseren Damage hier mit dem tödlichen Schuss einfach nochmal erhöhen. Auch hier drüben natürlich haben wir eine kleine Erinnerung so ein bisschen vorgenommen. Wie wir sehen, haben wir natürlich unseren Mehrverschluss rausgenommen. Den brauchen wir hier natürlich nicht. Wir wollen natürlich unseren Damage auf Einzelziele erhöhen. Und wir wollen hier nicht den ganzen Tag Mehrverschluss spammen. Wäre ja auch ziemlich dumm, das Ganze zu tun. Wir haben hier natürlich Raubgehebe, die Tötungshebe. Alles, was mit AOE groß zu tun hat, hier rausgenommen. Weil das Ganze brauchen wir natürlich nicht mehr im Raid-Content. Als Gegenleistung haben wir dann hier Blutvergießen mit reingenommen. Einen Cooldown mit einer Minute befehlt eurem Tier euer Ziel aufzuschlitzen. Dieser verursacht eine blutende Wunde, die eurem Ziel im Verlauf von 18 Sekunden 35.572 Schaden zufügt. Und sämtlichen durch euren Begleitern erlittenen Schaden 18 Sekunden lang um 15% erhöht. Einfach enorm geil. Im Burst dauerhaft einfach ziehen. Bam, 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 bam. Auch hier haben wir groß gar nicht viel geändert. Wie ihr seht, wir sind dann halt hier nochmal so ein bisschen runtergegangen. Alpha-Tier hält halt zwei Sekunden länger an und verursacht 60% mehr Damage. Haben wir hier mitgenommen. Und hier unten haben wir halt einmal sozusagen von blutiger Raserei. Sind wir dann rübergewechselt zu wilde Instinkte. Solange ruft der Wildnis aktiv ist, wieder unser CD dann hier oben. Aktiv ist, erleidet das Ziel eures Tötungsbefehls bei jedem Einsatz von Tötungsbefehl. Um 3% erhöhten Schaden durch alle eure Begleiter bis zu 10 mal Stapelbar. So können wir maximal hier den Damage durch Tötungsbefehl um 30% erhöhen. Was natürlich einfach enorm nice ist, um einfach das Maximum aus unserem Jäger rauszuholen. Nun gucken wir uns aber auch einmal die Spielweise vom Mythic Plus Content etc. alles an. Und dann ist der Guide auch schon fast fertig, weil so viel gibt es ja gar nicht hier zu erzählen. So, ja, ganz einfach natürlich als allererstes ist hier wichtig, wir sollten unsere Tiere rauszuholen. Okay, mein Tier ist tot. Dann ist ganz wichtig, sollten wir das Tier wiederbeleben. Wir brauchen einfach Begleiter. Da könnt ihr unterschiedliche Begleiter hier mitnehmen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, das ist mein Tiger. Dieser hat dann zum Beispiel urtümliche Wut. Das ist sozusagen der Kampfrausch. Es gibt hier auch noch Pads zum Beispiel so Schillenkröten etc. Die haben dann defensiven Cooldown, dass ihr dann nochmal weniger Schaden einfach bekommt. Das Ganze ist natürlich auch enorm nice. Ja, ansonsten starten wir hier einfach ganz normal im Mythic Plus Content. Na, ganz einfach rein. Wir warten hier einmal ganz kurz dann ab. Wir nehmen die Ziele schon mal mit ins Target. Wir warten dann einfach sozusagen, bis dann unser Tank gepullt hat. Hat der Tank dann nämlich angefangen zu pullen. Dann geht die Reise hier auch los. Wir fangen hier an mit unserem Todesschackkram, damit wir dort natürlich, wie gesagt, unseren Damage erhöhen. Das schmeißen wir dann hier einmal direkt in die Gruppe rein. Machen den Mehrfachschuss rein. Ziehen direkt, Ruf der Wildnis. Ziehen direkt hier zum Wildtier. Und dann Stachelfeil, Stachelfeil, Tötungsbefehl, Tötungsbefehl, Stachelfeil, Tötungsbefehl, Tötungsbefehl, Stachelfeil, Tötungsbefehl, Stachelfeil, Tötungsbefehl. Wir sehen hier der Klieft, Stachelfeil und Tötungsbefehl. Spam hier am Anfang voll durch hier. Zack, zack, zack. Ihr seht, wie der Damage einfach nach oben geht. Jetzt wieder quasi unser Mehrfachschuss rein. Dann wieder Zorn des Wildtieres an. Und Stachelfeil, Stachelfeil, Tötungsbefehl, Mehrfachschuss, Tötungsbefehl, Kobraschuss, Tötungsbefehl, Mehrfachschuss. Stachelfeil, Tötungsbefehl, Tötungsbefehl. Quasi, ne? Dann wartet ihr, macht einen Kobraschuss mit rein. Wieder ein bisschen warten. Todesschakren wieder rein. Mehrfachschuss wieder an. Stachelfeil wieder nach oben. Und zack, Tötungsbefehl rein. Tötungsbefehl rein. Kobraschuss, Mehrfachschuss. Tötungsbefehl, Stachelfeil, Tötungsbefehl. Zorn des Wildtieres wieder an. Zack, Stachelfeil wieder rein. Also Mehrfachschuss wieder rein. Stachelfeil wieder rein. Und dann spammen wir Tötungsbefehl. Tötungsbefehl, Mehrfachschuss wieder an. Stachelfeil wieder rein. Mehrfachschuss, ein bisschen Kobraschuss. Wenn wir über 55 Energie verfügen sozusagen. Zack, wieder zack. Wieder Mehrfachschuss. Stachelfeil rein. Tötungsbefehl rein. Tötungsbefehl rein. Und dann wieder Mehrfachschuss für AOE. Wieder Tötungsbefehl, Stachelfeil, Tötungsbefehl und so weiter. Mehr ist das nicht wichtig. Es ist einfach nur, wir wollen hier Cleave aufhalten. Und dann schießen wir einfach mit Stachelfeil. Spammen unseren Tötungsbefehl hier durch. Todesstachkrim, wenn ready. Direkt wieder auf CD rein. Zorn des Wildtieres immer auf CD-Spam. Quasi um einfach unseren Damage hier einfach zu machen. Das gleiche gilt hier unten auch für Ruf der Wildnis. Einfach auf CD rein. Außer ihr wisst jetzt gleich, okay. Jetzt kommt gleich ein riesiger Big Pull. Dann natürlich nicht. Dann wartet ganz kurz. Ansonsten zieht es durchgehend auf CD, um euren Damage zu machen. Zack, jetzt gehen wir wieder rein hier. Multischuss wieder rein. Tötungsbefehl rein. So, wieder den nächsten CD wieder rein. Multischuss. Stachelfeil. Nächsten CD wieder sind beide rein. Und hier hat er zagt. Tötungsbefehl, Tötungsbefehl. Stachelfeil. Stachelfeil. Tötungsbefehl. Tötungsbefehl. Cobra Schuss mit rein. Stachelfeil. Tötungsbefehl. Tötungsbefehl. Ihr seht, das ist halt. Ja, dann gehen wir wieder rein. Tötungsbefehl. Todesstachkrim rein. Mehrfachschuss rein. Stachelfeil rein. Tötungsbefehl rein. Tötungsbefehl rein. Stachelfeil rein. Widerruft unseren Zorn anmachen. Zack, zack. Ihr seht, mehr müsst ihr gar nicht machen. Und wieder Mehrfachschuss rein. Cobra Schuss rein, um wieder abzubauen. Zack, zack. Und zack. Das ist alles, wenn wir im Mythic Plus Content unterwegs sind. Mehr müssen wir da in der Offensive einfach gar nicht machen. Relativ einfach. Relativ simpel. Jetzt holen wir mal ganz kurz unsere Begleiter hier einmal wieder ran. Und machen natürlich das gleiche auch nochmal für den Raid. Und wie sollten wir, wenn wir im Raid Content sind, natürlich unseren Damage dann machen. So, da sind wir in der Raidskillung angekommen. Hier möchte ich natürlich auch nochmal vorher sagen, ganz wichtig, was ich gerade davor nicht gesagt habe. Ab 25, ab 20 Prozent nutzt ihr natürlich euren tödlichen Schuss. Den konnten wir jetzt hier an den Pumpen nicht nutzen. Den solltet ihr aber, sobald er ready ist, immer auf CD ebenfalls einfach zünden. Um natürlich zusätzlich auf Ads oder natürlich auch im Bosskampf einfach Damage zu machen. Ja, ansonsten haben wir jetzt auch im Raid Content an sich das gleiche System. Also wir haben da nicht wirklich viel anderes an unserer Rotation. Wir nehmen natürlich dann den Boss ins Target. Wir haben auch hier wieder ganz normal Ruf der Wildnis und Zorn des Wildtieres. Unsere beiden bigsten CDs sozusagen, die wir natürlich dann nutzen wollen. Und damit werden wir dann auch quasi fast wieder anfangen. Wir warten ganz kurz, wieder Bosspull kommt rein. Dann werfen wir unser Chakrim rein. Ziehen alle unsere CDs. Machen dann hier unser Blutvergießen rein. Und dann Stachelfeil, Stachelfeil, Tötungsbefehl, Stachelfeil, Tötungsbefehl, Tötungsbefehl, Kobra Schuss, Kobra Schuss, Tötungsbefehl, Tötungsbefehl, Stachelfeil, Kobra Schuss. Wieder ab, wenn wir mehr als 50 unserer Energie da haben, haben wir einfach immer, ganz wichtig, einfach unseren Dings raus, unseren Kobra Schuss mit raus. Ansonsten gehen wir hier rein, Stachelfeil, Tötungsbefehl, Stachelfeil, Tötungsbefehl, Tötungsbefehl und nutzen hier auch wieder Ruf des Wildtieres und Zorn des Wildtieres einfach nur auf CD. Genauso Blutvergießen, mehr ist es nicht, zack, hier rein, zack, Kobra Schuss, Kobra Schuss, Tötungsbefehl, Todesschakrim, wieder reinwerfen, Stachelfeil, Befehl, Kobra Schuss, Kobra Schuss, Kobra Schuss, Tötungsbefehl, Kobra Schuss, jetzt wieder gleich unseren CD anmachen. Zack, da ist er wieder draußen, Stachelfeil, Stachelfeil, wieder hochziehen, Kobra Schuss und Tötungsbefehl, wieder hinterher, Kobra Schuss rein, Blutvergießen, direkt wieder rein, Tötungsbefehl, Stachelfeil, Kobra Schuss, Tötungsbefehl, Tötungsbefehl, Kobra Schuss, Kobra Schuss, Stachelfeil, Tötungsbefehl, Stachelfeil. Rufe und wieder unseren CD hier, Zorn des Wildtieres anmachen, Stachelfeil, Tötungsbefehl, Stachelfeil, Kobra Schuss, Tötungsbefehl, Tötungsbefehl, Kobra Schuss, Tötungsbefehl, Stachelfeil, Kobra Schuss, Kobra Schuss, Stachelfeil, Stachelfeil, Tötungsbefehl, Kobra Schuss, Kobra Schuss, Tötungsbefehl, Kobra Schuss, Stachelfeil, wieder CD rein, Zack, Tötungsbefehl, Stachelfeil, Kobra Schuss, Tötungsbefehl, Stachelfeil. Na, jetzt haben wir gleich hier wieder unser Wildtier, Ruf ready, gleich wieder anmachen, voll durchziehen, Blutvergießen, ready, Blutvergießen, wieder anmachen und wieder Tötungsbefehl, durchspam, zack, zack, zack. Und dann gehen wir hier rein, wieder mit unserem Schuss, zack, da haben wir auch schon wieder Zorn an, auch wieder an und dann einfach quasi durchspam. Chakram ist ready, wieder reinwerfen, Schuss wieder hoch und einfach ganz normal weiter und dann in der Execute-Phase nutzen wir hier einfach wieder tödlichen Schuss. Mehr müssen wir hier sozusagen auch gar nicht beachten und das ist alles, was unser guter Tierherrschaftsjäger so auf dem Kasten hat. Ziemlich einfach, ziemlich simpel, gar nicht so wirklich kompliziert. Ja, nun gehen wir aber weiter, die Frage ist natürlich auch, welche Werte, Verzauberung, Schmuckstücke sollten wir denn nun haben? Flasspots natürlich sind auch wichtig. Fangen wir hier einmal direkt mit der Werteverteilung an, denn die Werteverteilung ist natürlich das, was einfach unseren Damage bei unserem Tierherrschaftsjäger natürlich extrem beeinflusst. Hier oben links seht ihr schon mal die Werteverteilung. Wir sind hier relativ übertrieben mit der Mastery auf jeden Fall dabei. Meisterschaft ist einfach hier euer Hauptwert. Umso mehr Meisterschaft, umso mehr Damage machen eure Begleiter und eure Begleiter sind hier einfach nun mal eure Main Damage. Hier sollten wir so um die 70% in der Meisterschaft einfach erreichen, damit wir hier 70% Damage haben von unseren Begleitern. Wir sollten hier so um die 30%, 29% bis 30% Tempo haben und Richtung 40% kritischen Trefferwert haben. Was dann nebenbei noch an Vielseitigkeit abfällt, nehmen wir hier mit. Ist aber in dem Fall nicht unser wichtigster Wert, um unseren Damage hier auf ein Maximum zu bringen. Nun geht das Ganze natürlich noch weiter. Welche Verzauberungen ETC brauchen wir denn nun oder welche Verzauberungen brauchen wir denn auch nun nicht? Unbedingt. Ja, Sockel ganz klar, da müsst ihr immer so ein bisschen mit Raidbots einmal durchsimmen und umzugucken. Wie sehen denn nun dort eure Werte aus? Ansonsten den klassischen Fall haben wir hier auf dem Rücken und den Handgelenken. Dort nehmen wir einfach Vermeidung. Vermeidung sorgt einfach dafür, dass wir nochmal weniger Flächendamage einfach reinbekommen. Auf die Brustplatte verzaubern wir uns hier erweckte Werte. Dieses sorgt dafür, dass wir nochmal ein bisschen mehr Meisterschaft, Meisterschaft sag ich schon, ein bisschen mehr Beweglichkeit einfach als Main Stat dazu bekommen. Dann haben wir hier Hochleistungsthermoscanner auf unserer Waffe drauf. Der gibt uns einfach immer mal wieder Secondary Stats. Wollen wir hier einfach haben, um natürlich ebenfalls unseren Damage zu erhöhen. Auf dem Gürtel können wir die Gürtelschnalle nochmal drauf machen. Damit bekommt ihr nochmal ein bisschen mehr Leben. Gerade als Hunter ist das Ganze natürlich relativ praktisch. Ja, hier machen wir uns dann einmal auf der Hose. Verzaubern wir uns einfach einmal Main Stat. 177 Beweglichkeit und 131 Ausdauer, damit wir einfach dort hingegen auch wieder mehr Leben haben, um zu überleben. Dann packen wir uns Lebenhüter drauf und auf die Ringe verzaubern wir das, was natürlich unser Sim sagt. Hier seht ihr zum Beispiel, wir haben ein bisschen Tempo und Meisterschaft noch drauf. Da könnte man jetzt nochmal nach Sim, wir haben einfach sehr viel Meisterschaft. Und wenn man jetzt nochmal nach Sim könnte, das kann es natürlich sein, dass man sagt, Hey, du hast gerade hier einfach fast 80% Meisterschaft. Da wäre Crit vielleicht besser oder Tempo nochmal besser. Da müssen wir nochmal nach Sim, das war im ersten Sim halt Meisterschaft. Kann sich aber ansonsten auf jeden Fall immer mal wieder ändern. Nun die nächste Frage natürlich, welche Considals, also Pots, Flask, Bufffood, ETC, sollten wir denn nun als Hunter dabei haben, damit wir hier einfach natürlich die bestmöglichste Damage Performance mit unserem Jäger natürlich auch erreichen. Ganz klar, wir nehmen hier einfach die Vielseitigkeitsflask einfach mit. Warum nehmen wir das Ganze mit? Einfach nochmal um unseren Damage, den wir reinbekommen, ein bisschen zu reduzieren. Und natürlich den Damage, den wir machen, dementsprechend zu erhöhen. Ich habe sie hier auch gerade an. Wenn ich sie jetzt ausmache, seht ihr, dann haben wir 2% Versa. Mit der haben wir 3%. Wir bekommen jetzt 1% weniger Damage. Wenn wir das Ganze machen, bekommen wir 2% nochmal ungefähr weniger Damage rein. Das Ganze ist sehr praktisch, sollten wir hier auf jeden Fall in Betracht ziehen, das Ganze so hinzunehmen. Dann haben wir hier natürlich für unseren Client Damage Boost ebenfalls schicksalshafter Glücksfix. Dieser sorgt dafür, dass wir einfach nochmal 75 Beweglichkeit hinzubekommen. Möchten wir mitnehmen auf unsere Waffe. Haben wir diesmal keinen Schleifstein wie bei den Milis, sondern wir nehmen hier vollkommen sichere Raketen mit. Die machen nochmal zusätzlich ein bisschen Damage mit drauf. Die Brocken hin und wieder mal nehmen wir natürlich auch gerne mit, um unseren Burst Damage natürlich mit dem Jäger zu erhöhen, nehmen wir hier Elementartrank der ultimativen Macht mit. Der gibt uns einfach nochmal 30 Sekunden lang 886 Primärwert ordentlich. Natürlich sollten wir auch ein bisschen an die unsere eigene Defensive mitdenken. Heiltrank des Traumwandlers ist hier die beste Alternative, um einfach dafür zu sorgen, dass wir hier noch einmal uns immer gegenhalten können, wenn es mal kritisch wird. Dann natürlich habe ich hier immer nochmal so ein bisschen den auch mit. Das ist der Automatikhammer. Den könnt ihr in Dungeons zum Beispiel stellen, um zu rappen. Ihr seht gerade, ich habe jetzt hier zum Beispiel 34 Rüstung nur noch, könnte ich also draufklicken, stellen, könnte im Dungeon also auch rappen. Ebenfalls natürlich auch das Ganze im Raid ist das ebenfalls sehr von Vorteil. Ansonsten, wenn ihr noch nicht die Endlos-Rune haben solltet, weil es ein Twink vielleicht sogar ist, könnt ihr günstig im Auktionshaus die verschleierte Verstärkungs-Rune erwerben. Ansonsten, diese erhöht eure Beweglichkeit ebenfalls noch einmal um 18. Ist nicht viel, aber wie heißt es immer so, auch ein kleines bisschen mehr Damage ist hier einfach natürlich im Großen und Ganzen nicht verkehrt. Daher solltet ihr dort vielleicht auch die verschleierte Verstärkungs-Rune euch im besten Fall noch einmal mit einpacken. Ja, was geht dann, was haben wir sonst noch? Was brauchen wir? Genau, Schmuckstücke noch und dann ist noch ganz wichtig, welche Items kraften wir? Fangen wir einfach mal mit den Item-Kraften an. Welche Items sollten wir denn nun kraften? Ganz wichtig, ja, das Beste, was wir hier kraften können, sind die adaptiven Draktür, oh Gott ey, Draktür-Starm-Schützer. Diese, wie gesagt, erhöhen unsere sekundären Werte. Schaden zu erleiden kann eure Vielseitigkeit oder Crit um 349 erhöhen. Kritische Schaden oder Heilung zu verursachen kann eure Meisterschaft und euer Tempo erhöhen. Wir legen hier, versuchen hier natürlich unter anderem immer viel Meisterschaft und rauszuholen, aber alle Werte sind hier natürlich nicht unbedingt verkehrt. Daher versuchen wir hier natürlich zu gucken, dass wir dementsprechend einfach, ja, hier ein bisschen Damage dann raus. Ansonsten haben wir nicht so wirklich viel, was wir hier benutzen. Ihr könntet Alternative noch die Hose kraften, die euch Vielseitigkeit gewährt und auch euren Gruppenklieren, das wäre die einzigste Alternative. Ansonsten könnte man noch, ja, man könnte noch die Elementar-Halskette kraften, aber in den meisten Fällen haben die meisten Leute hier einfach nur die Handgelenke an, um damit ihren Damage hier einfach natürlich zu erhöhen. So, welche Schmuckstücke müssen wir denn nun farmen, um richtig Damage zu machen? Wenn ihr das Beste der Besten haben wollt, viel Spaß, ihr könnt den ganzen Tag immer grüner Floor laufen, ne, da haben wir nämlich Bleichborkes Ast. Bleichborkes Ast ist hier das Best im Slot-Schmuckstück. Benutzen, zieht eine Reihe Wasserkugeln zu euch hin, die euch bei Kontakt einhüllen und eure Meisterschaft 10 Sekunden lang um 1604 erhöhen, bis zu dreimal stapelbar einfach. Das ist einfach enorm natürlich und wenn ihr das Ganze dementsprechend natürlich noch auf Mythic Plus Content habt, ist das Ganze hier noch einfach stronger. Heißt, wenn ihr das habt, habt ihr alles, ne, ihr wisst, Meisterschaft erhöht den Damage unserer Begleiter, wir sind hier Herrschaftsjäger. Ja, unser Damage lebt einfach nur von unseren Begleitern. Danach geht das Ganze weiter, wir haben noch eine Alternative, ebenfalls, falls ihr sagt, okay, ich bin vielleicht kein Raider, dann solltet ihr Rahmenwehr noch gehen und dann solltet ihr euch, wo haben wir ihn, wo haben wir ihn genau, Funke der Nullifikation holen. Funke der Nullifikation ist hier das drittbeste Trinket, wenn ihr nicht raiden geht, sogar das zweitbeste Schmuckstück, was ihr euch selber natürlich noch zulegen solltet. Dieses erhöht Beweglichkeit, Vielseitigkeit einfach nochmal zusätzlich. Wenn ihr raiden geht, dann solltet ihr natürlich gucken, dass ihr hier einfach beim Rad der Träume am Pipsmarag grünes Freundschaftsabzeichen rankommt. Dann hättet ihr die besten Schmuckstücke Ast und Pips, wäre das stärkste Alternativ, wie gesagt, könnt ihr hier aber auch die Rahmenwehr gehen und könnt euch dort dann einfach natürlich auch da das Schmuckstück dann einfach abfarmen. Es holen, ihr habt natürlich auch noch andere Alternativen als Just Finkel, wenn ihr den Ast zum Beispiel jetzt noch nicht haben solltet, könnt ihr natürlich auch zum Beispiel Dämmerung der E-Wegen noch reingehen und könnt euch dort natürlich zum Beispiel erstmal den Spiegel des gebrochenen Morgen holen. Dann habt ihr erstmal den Pinkel, was ihr benutzen könnt. Hier habt ihr drei Minuten cooler und ist nicht ganz so stark natürlich wie der Ast, aber wäre das erste Schmuckstück, was ihr dann hättet mit Benutzen, um einfach natürlich der Mitch noch zu machen. Ansonsten, ja, eine ganz wichtige Info, das muss ich sogar in die Timeline noch reinschreiben, habe ich voll vergessen, gerade so, man war gerade so im Rotationswahn. Genau, wir haben hier nämlich noch Mal des Jägers, Mal des Jägers sollten wir auf jeden Fall drauf machen, denn wir fügen einfach hier nochmal Zielen mit über 80% Gesundheit, 5% mehr Damage zu. Das Ganze natürlich ganz wichtig, gerade beim Rape-Bossen oder auch bei anderen Bossen oder auch Ads, könnt ihr dann einfach hingehen, macht dann C, dann habt ihr hier das Mal des Jägers. Jetzt drauf, na, das könnt ihr auch hier in der Gruppe natürlich zack reinmachen. Wichtig ist immer, es kann immer nur ein Target mit Mal des Jägers belegt sein, mehrere Ziele funktionieren hier auf jeden Fall nicht. Ja, ansonsten haben wir alle wichtigen Informationen durchgegangen, wollte ich sagen, wir sind die Skillungen durchgegangen, wir sind durchgegangen, welche Pots, Flas, Barfood, welche Werte brauchen wir, welche Verzauberung brauchen wir, welche Item sollen wir herstellen, welche Schmuckstücke sind hier nun die besten. Ich würde sagen, wir haben alle wichtigen Informationen für den Tierherrschaftsjäger-Guide abgeschlossen. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, noch was wissen möchtet, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich werde dann versuchen, so schnell wie möglich auf eure Kommentare zu antworten. Wenn das Ganze natürlich noch schneller gehen soll, könnt ihr unten in der Videobeschreibung gerne auf meinen Twitch-Link klicken. Auch da könnt ihr gerne einen Follower dalassen oder einfach mal reinkommen, eine Frage stellen, euch die Informationen, die ihr brauchen solltet, wenn das Ganze schneller geht. Wir sind eigentlich täglich mehrere Stunden live und ich kann euch da dann natürlich viel schneller helfen, wenn wir gerade live sind und auf Fragen einfach eingehen. Ansonsten möchtet ihr rund um das Thema World of Warcraft, Tipps, Tricks, Guides, Informationsvideos immer auf dem Laufenden bleiben. So könnt ihr jederzeit gerne jetzt oben rechts einfach auf den Abonnier-Button drücken, dann bekommt ihr immer relativ schnell die Informationen. Wenn ihr die Glocke macht, geht das Ganze immer schneller. War das Video für euch hilfreich? Hat euch persönlich mit eurem Tierherrschaftsjäger einfach weitergeholfen? Dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, ihr wisst meine Freunde, Support ist kein Mord, jedes Däumchen ist ein Schäumchen und bringt diesen Kanal hier natürlich voran. Ansonsten bleibt alle gesund, bleibt alle munter, vielen, vielen Dank für eure Liebe und euren Support hier auf diesem Kanal. Ich bin raus, haut da rein, euer Brocken.